Äh, ja, aber ich hab noch gar nichts, den ganzen Tag noch nix. Stehen sie das? Hast du hier nur die Lobby geschillt oder was? Ich hab grad noch mal geguckt, was für Püppchen da gekommen sind, mit SBCs oder so. Battle Royale! Gas nähert sich deiner Position, beweg deinen Hinter! Da kam raus wieder so'n, so'n Spaniockel, ich weiß, so'n Vibra sowieso, 78er und so weiter. Ja, lohnt's nicht. Aber wenn die noch sehen, dass ich nicht spiel, dann müssen die mich da anfixen, ne? Ich hätte jetzt mal einen Ratspieler, wenn alle hübschen, dann wär ich da wieder dabei. Den kannst du ja derzeit nicht ziehen, ne? Den kannst du ja derzeit nicht richtig holen. Der ist ja derzeit nicht für die Karte, okay. Ja, Peter, was machen wir jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Ab! Ab! Ne, mach hier! Drei Tag für Heizat. Oder Superstore. Da, sag mal. So, mit Schlau, scheiße. Ich glaub, man geht jetzt. Und hier kommt, ähm, weg aus? Durch Schlau. Ja. Ich bin bei dem. Naja, ich gehe in der Mitte. Oh, das macht aber schon ein paar. Okay, Leute. Legen wir uns hin zu Zeug. Das ist so wie, äh, einer Schwarzenegger. Da landet einer, weißt du? Da brauchen wir keine Ahnung. Kommt einer. Ja, klar. Kommt der? Zwei Mann kommen sogar. Äh, ich gehe wieder auf der Hand. Alter, Alter. Alter, Short. Gib dir Deckung. Tschüss, Junge. Und steh hier. Mir geht's schon besser. Alter, wo ist meine Klammer? Kommt gleich der Nächste. Achtung! Verbündeter Präzisionsluftschlag im Abflug. Da, in der Garage. Da drin. Ich gehe in diese Richtung. Jetzt kommt er. In der Garage. In der Garage. Ich gehe in diese Richtung. Ich habe den. Ich habe den. Ja, ich habe den. Korrekt, Alter. Der hat in die falsche Richtung geguckt, der Idiot. Die Dings auch noch genommen, ne? Ja? Hast du das? Oder wer? Ich tausche falsch, ist egal. Ich hab immer noch einen Schuss im RPG hier, ne? Vorne ist noch einer. Vorne sind zwei. Ein Schuss RPG, sieben Schuss in der Pumpe. Das war's. Mehr hab ich nicht. Ich lauf mal außen rum. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch was finde. Ja, dann hab ich eine Waffe für dich. Willst du eine Fall haben? Da hinten landen schon wieder einer. Ich bin hier unterwegs. Willst du nicht eine Fall? Ist mir eigentlich egal. Ja, dann komm. Ja. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Lef vor. Kann ich. Wer steht da? Halt durch, Prana. Ich hab dich. Ich kämpfe gerade mit anderen. Habe ich dir jetzt eine Waffe für dich? Der Fein springt über dem Gebieter. Auf den Himmel auf. Komm schon wieder einer. Ja. Geh waffen, äh, wohne hin? Ja. Werb ich leider nicht. So. Aber die ist gut. Ich hab jetzt, äh... Alter. Ich bin getroffen. Mein Gott, ein Schuss, ey. Ein Schuss getroffen. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab auch keinen. Feindliche Drohne über uns. Guck mal hier hin. Da ist noch ein Koffer drin. Ich mach ne Puppe, da willst du mich verarschen. Lass Gas kommen. Feuschgranate wird eingesetzt. Oben am Dach, oben am Dach, oben am Dach vor uns. Ja. Sechs hier. Ich geh hier lang. Bin ich raus. Komm hier nicht raus. Nein. Nein. Ich hab dich ausgemacht. Ich hab dich ausgemacht. Ich hab dich ausgemacht. Ja, rechts ist der. Ja. Ja, rechts ist der. Ja. Geh da nachher, ja. Keine Angst. Das wird schon wieder. Ich hol dir jetzt auch noch drei Kollegen da auf dem Dach wieder. Fuck you, ey. Platzier, Sprech. Komm leider auf dem Dach. Oben drauf hab ich noch einen V.O. gemacht. Der hat mich in die Zergarage. Ich hab den. Mann. Ich hab den. Ich hatte den oben. Sheeprake, Alter. Die hatten aber auch alle automatische Waffen und sonstiges. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verletzt bist, zeig deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Dafür haben wir schon ganz gut durchgehalten. Das ist ein Arschloch. Hier wurde der Arsch versohlt. Wir schicken dich zurück zur Basis. Kannst du mal los, Peter? Ist aber scheiße. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Komm ich wieder da runter oder was? Hey, verpiss dich. Die hätte ich gerade gebraucht, die Waffe. Weißt du? Ja, gerade war ja was. Ja. Aber überhaupt nicht. Aber die Fall ist echt heftig. Ja, John. Was hat die? Die Fall sogar schon. Die Fall sogar schon ein bisschen gespielt. 1,2,3,3,3,3. 1,2,3 3,4,3,4,3,4,4,5,6,11 ... hier ist keine verzögerung drei sekunden verzögerung noch die rennen doch welche rum scheiße richtig schotter Junge, richtig Schotter! Gut. 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 Führ mich zum Schotter, Jerry. Komm, sag es! Führ mich zum Schotter! Sag es, Jerry, sag es! Du bist mein ich bin dein Du erhältst deine Ausrüstungslieferung! Hast du gesehen mit Tom Cruise da? Hey Leute, gibst du dich? Ja. Ja, ich würde an der Zeit mitkommen, ne? Ja, aber das ist ja bekanntlich, also ich muss das wohl schon mal sein. Das Gas verschreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Krass, ne? Dass der Tom Cruise da Dings hat, ne? Also, dass die Produktionsfirma da auch... ähm... Ja, so ist das! Weil eben so'n sucht Millionen... Weil der immer die Stunts selber machen will! Jetzt noch Voll-Off-Show hat gebrochen! Die bring' ich jetzt mit! Wie Jackie Chan auch, weißt' er? Ja, der will... Ich hab' noch so'n gut probiert, ne? Ich... Oh... Wie ist das? Oh... Hier war noch eine Kiste, wie ist das? Ja, hier... Ich hab' eigentlich nur noch den Auftrag mitnehmen mit auf rüber rennen! Dann haben wir noch mal einen Anfall! Ich hab' die... 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 Hole gefunden! Der ist da runtergegangen, der Heli! Ich hab' die... Wenn du oben bist, ne? Ist... Das ist ja echt in meinem Vorteil, ne? Ich geh' die dann... Halt' die Sichern da mit dem Heli! Die Sichern da! Das Gas nähert sich dir! Das Gas nähert sich dir! Ich hab' den Ballern! Jetzt traut er ab! Ich hab' den Ballern gehabt! Ich hab' den Ballern gehabt! Fuck, ey! Ich war gerade da mit dem Zivier! So kann man denn mit, ähm... Mit dem, ähm... Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten! Sollten zur Sicherheitszone! Ach so, der ist rausgesprungen, einer! Was schon! Ich weiß es nicht, ob die rausgesprungen sind, ob du dann einfach, ob das reicht, wenn du in deine Zone rein pflegst! Ich... Fehlt noch ein paar Meter, das ist schade! Feindliche Drohne über uns! Soll man noch ein Ründchen mitnehmen? Ja, hier ist noch, äh... Hier ist noch... Einer ist kaputt gegangen! Oh, da... Oh! Wow! Bin getroffen! Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Jetzt runter, ich komm! Ich komm jetzt runter! Ich bin kaputt! Ne, noch nicht! Jetzt aber... Jetzt kommt jetzt wieder! Oh! Ja, das halten habe ich nicht! Ja, das ist ein guter Lehrmeister! Warum kriegen die uns so schnell, ne? Ich bin doch nicht denn, ne? Markierung gesetzt! Drücke fort! Ich hab grad erst geguckt, von wo aus er geschossen hat. Da bin ich herumgetragen! Es sah bei mir vorher so aus, als hätte er von hinten... Bei dem Zeichen... Ich bin doch nicht... Ich bin doch nicht! Da bin ich ja nicht! Ich bin doch nicht jetzt浅. ach kann da nicht immer so scheiße schießen verstehe ich nicht wenn ich multiplayer spiel dann kann mich besser mal ab und zu mal zur seite gehen hier meine ich muss den weg weg wenn ich auch mal so mich weg drucken würde dann kein problem machen da ist beim multiplayer da kriegt er auch mehrere abschüsse hin mit wegdrucken anders mache ich dann immer meine solche sofort fertig machen ich sehe das problem ja ich erkenne das problem wie wäre es mit ein paar zielübungen der einsatz geht bald los der fein springt über dem gebieter auf den himmel ab was denn das peter was denn das peter was denn das peter es ist voll was los was bist du denn versteht mich was ist denn da was ist denn da es geht ins kriegsgebiet es geht ins kriegsgebiet das gas meiden schnell in die sicherheitszone das gas meiden schnell in die sicherheitszone das bildschirm geht immer was wo möchte ich sehen landen wir hier landen wir hier landen wir hier da sind wir jetzt spät dran da sind wir jetzt spät dran es geht über hier auch so rein ich gehe dann ich gehe dann obendrauf raus ja ja ok leute legen wir uns ins zeug da hinten sind verdammt viele fremden und runter hast du noch zu schießen nein doch jetzt haben wir ja aber ein scharfschützengewehr falls du mal deinen brauchst die platte wo scharfschützengewehr gönnst du mir nein die platte wollte ich parieren hier rein runter mach mir die Tür selber von Schädel alter da kommt einer ach, ich will dann wieder Zeitkontakt Nein, er hat sich! Alter! Mir geht schon besser! Ich war wieder eine Tropfenfalle! Meiner Scheiße! Was heißt denn gestorben? Einer, einer, einer! Wie ich aeime! Wie schlecht ich aeime! Mann, ey! Hör zu, Soldat! Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front! Aber wenn du versierst... Du bist dran, Soldat! Zeig diesem... Du hast hier alle fertig gemacht! Bereit auf den deutschen Einsatz! Mir geht's schon besser! Was denn? Ich bin noch nicht wieder da! Ich bin noch nach dem Dings! Ich musste mal eben kurz, das hab ich noch nicht gemacht, den Widerstand einstellen! Bleib mal oben! So ist auch besser! Ich hab den nämlich noch gar nicht eingestellt! Weißt du, den Widerstand? Controller! So sieht die Welt schon wieder anders aus! Jaaa! Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt! Bereithalten! Ich bin auch wieder da! Diesmal sah's im Stream auch nicht anders aus! Diesmal hab ich einfach so scheiße geschossen! Kollege! Ich hab keine Ahnung! Hier oder was? Braucht das jemand? Oder da hinten, da hinten, wo viele Häuser sind! Ach jetzt! Ja, ich bin jetzt hier, würde ich sagen! Ja komm, dann geh ich runter! Von Corona gehen! Mit der Corona, das geht voll was los! So, ja, so ist es angenehmer jetzt! Ich hab den Widerstand eingestellt! Der Widerstand eingestellt! Kopfgeld zielgesichtet! Schnappt es euch! Von den normalen Steuern! Weil, äh, der war, war noch gar nicht eingestellt hoch, weißt du? Der Widerstand ja auch, äh, der Widerstand eingestellt! Deswegen hab ich grad so verwissen! Weil wir einfach mit der kleinsten Wege schon extrem weit weg, eh! Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist! Back-Aim! Hast du hier in dem Haus schon drehen, was du markiert hattest? Ja, ne? Ja! Da hab ich schon auch gesagt, oben ist noch ein LMG, wenn du willst! Ne! Versuch mal so! Oder? Ne, ein M13! Die LMG hat doch schick genommen, ne! Ja! Ja, ne, ein M13! Unser Team ist in der Sicherheitszone! Ich weiß nicht, was das hier drin ist! Wechsel doch mal, dann steht das doch da! Wind, äh, Windschatten heißt die! Ich weiß nicht, was das ist! Ja, dann schmeiß mal ab und hebst du wieder auf! Oder, weißt du, dann kannst du ja lesen, was es ist! Ob das zu salven ist, oder... Halbautomatische Sturmgewehr, also salve... Salve ist noch nicht mal Einzelschuss! Ja! Magazin zeigt der aber an als voll, weißt du? Wie so eine... Wie, wie in das normale? Wie das LMG? Das ist doch Schrott, oder nicht? Schrott! Schrott! Große! Hier oben direkt rein! Hier oben! Hier oben ist aber nix! So, ah doch! Das war nur in 1. Oh, weiß das denn nicht! Thermal Schalldämpfer! Ich losse! SG! Das ist ne... Schlogewehr! Thermal Schalldämpfer! Noch einen höher! Noch einen höher! Willst du dich reinstrengen, Johnny? Ach, alles gut! Die rechte Seite! Jawoll, hast du gut gemacht! Die linke Seite war ein Batzen, Junge! Hier ist auch ein Batzen! Gönn doch! Gönn doch! Gönn doch! Da ist ein Auto gekommen! Da ist der Maisgesuchte! Der ist noch nicht da! Der ist noch nicht da! Der ist gegenüber noch! Der fährt da! Feindliches Fahrzeug! Oder mal aussteigen! Die Zeit ist um! Zählt nicht erreicht! Aber da ist ja immer nur einer drin, ne? Oder hinten auf der Platte! Dann halt der Rest! Das ist der Maisgesuchte! Der will wahrscheinlich seinen Kollegen wiederholen! Ich kann den nicht wiederholen! Der ist lautlos! Ist echt geil, ne? Lautlos! Hier ist dein Sturmgewehr! Können wir wiederholen, ne? Lautlos! Stromgewehr! ja aber ich habe eine munition glaube ich dabei deswegen will ich jetzt in 30 sekunden kommen wir was testen du kannst jetzt wahrscheinlich aber du kannst das komplett von außen einsprühen ja aber da sehen die nicht durch das gas breitet sich aus neue sicherheit ja guck mal man kann doch sehen ja wenn du musst du alles sprecher haben aber wenn du dann springst dann sehen die wissen ja und bei dem raum ballast einfach rein oder ganz auch ablenken mehrere kisten für dich die ich da abgelegt habe ich war noch gar nicht weggefahren jetzt bin ich da gerade reingegangen und habe ganz verwirklich noch gar nicht dran ja willst du noch mal haben deswegen war ja fragst mich das ja ich war gar nicht dran jetzt habe ich meine waffe noch nicht aber jetzt muss ich nochmal das ist das egal ach guck mal wieviel gole mole alter was denn hier los 10.000 hat es guck mal hier äh hier ist noch links tetra da bin ich schon voll ich bin in der tasche sollen wir äh eine gasmasse kaufen oder so da hinten raus ja gasmasken ist in der luft radarsuche wird gestartet hier oben ist einer bin unterwegs vielleicht kriegen wir den ja über die dings über das sind mehrere da ist ein team ich gehe hier hin hier hinten ist ein team ich gehe hier hin geh du das andere team mal hier ist ich gehe hier lang also da wo ich gerade hatte bestätigt ich gehe in diese Richtung das ist das andere team alles klar ratzen jungen feindliche drohne über uns den holen wir denn jetzt erst über das kopfgeld würde ich sagen ne die nach oben wegrennen oder ja die rennen da bestimmt links zum stopp der gerade unterwegs der händler ist hier deckt euch neu ein ja ja warte mal gibt es da nicht dann links umsonst wiederbelebung dann hole ich mir doch mal eben noch und sicher dann feindliche drohne über uns feindliche drohne über uns die kommen wieder hoch vielleicht können wir die auch anderswo haltig abfangen da kommen die wieder nach rechts oder bleiben wir hinten der schussverkauf ist beendet alle preise wieder normal dann doch da ohne zu bleiben die haben die auf jeden fall wieder geholt ne dann sind wir rüber zum military oder was da hinten dann unterwegs ich stehe ein stehe da hey ich bin auf dem weg dahin wo steht der da die ganze zeit ich stehe ein alles nicht kommt mal ein auto an der kämpft mit einem am auto und hinten ist auch einer an der mauer das gas verbreitet sich schnell in die neue sicherheitszone der hat noch eine drohne oder luftschlager da hinten kommen die rechts kommen die rechts kommen die rechts kommen die rechts geht weiter kommen die guck mich mal sind die bei dir? nein nein die ist bei dir da hinter der ma.. hinter der wand rein ich habe den hier sehen platziere strengsatz ich hab den irgendwo nicht platziere strengsatz einer ist garo hier einer ist ins Haus geracht einer ist garo von denen der liegt auf der straße einer ist im haus der gehört sich er jetzt zu dir Ich hab den nur die Rüstung runtergeschossen. Keine Angst, alles wird gut. Das Gas breitet sich aus. Auwe. Keine Hammer, die geholt, Alter. Du hast die geholt, Junge. Da ist auch deine Gasmaske. Boah, haben wir die weggeknallt. So, da vorne lagen glaube ich noch. Hau dir mal ein paar Platten rein. Ich würd mir da unten jetzt nochmal neue Platten holen. Ja, wir haben ja Geld. Ich kann dir Geld geben, auch. Alles gut, brauchst sonst nichts. Wollen wir auch ein Paket. 2 Platten. Ja, bei mir bleiben schon weggegangen. Mach was erst. Schüsse, Schüsse. Oben am Dach, da wo der Mast ist. Wo der Mast ist. Ich bin hier unterwegs. Wo der Mast ist. Feindliche Drohne über uns. Durchschlag, schnell ins Haus. Ach, ich bin nur in den LKW gekommen. Die gucken da auch von oben. Wo sind die Affen? Die müssen da irgendwo raus. Komm gleich auf jeden Fall. Komm gleich auf jeden Fall. Lass mal zurück. Lass mal zurück. Ja, ja, das bringt nix, weil die sind zu hoch. Da hinten ist ein Auto, lass mal nicht zu der Feld kommen. Ja. Auto einmal abhauen bisschen und dann wie ein Arschloch. Weil die kriegst du eh nicht. Was mit der Karre? Ich bin hinter der Wand. Ich bin hinter der Wand. Weil er bringt nix, da ist, äh, Leben verstanden. Wohin. Ich weiß es nicht. Ich kann hier doch den Auftrag mitnehmen. Ey, C4, ne? Ist so geil, ne? Kannst du, wenn du da Glück hast und die gut trinken, dann noch die gewinnen. Weißt du? Ja, fahrt auch C4. Außer, außer Andy. Der, wenn er zwei hat wieder nichts gemacht, kriegt. Feindliche Drohne über uns. Ja, der Jordan sagt auch. Bei ihm gibt's auch Probleme, ne? Bei ihm geht das auch nicht. Der nimmt lieber, äh... Ist okay. Wenn sie ein Problem haben, sonst... Ich hab Andy gesagt, wir wollen aber doch aufhören. Weißt du, dann soll er es einfach ausstellen. Er nimmt lieber, äh, Semtex. Ja, aber Andy nimmt ja trotzdem C4 und, äh, meint halt immer, ja, ich renne ja nicht rüber. Ja, aber der ist der erste, der beim Loot ist. Und dann wundert er sich hinter mir das anfeuern. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Früher, äh... Ich krieg das bei mir auch nicht, ey. Da weiß ich noch, ey. Wo ich mir da... Hey, ich bin auf dem Weg dahin. Hey, ich bin auf dem Weg dahin. Wie machen die das denn, ja? Ja. Weil der Effekt, wenn er in der Luft explodiert, ist nämlich höher. Der Druck ist höher. Ach, die verstecken sich jetzt die ganze Zeit da oben, weil... Das ist doch noch mal eine Kiste, Gram. Ich bin auf dem Weg... Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Lach mal, Jun, Andreas. Wie geht's? Dann hab ich ja gerade live gesagt. Bei dir weiß ich, dass ich es dir gut geht. Du verlierst an Bohnen. Lach mal, Jun, komm. hinter dem schild unser team ist in der sicherheitszone ich wollte es nicht verschwinden ach der liegt einfach nur ein gebüsch wie er mich trifft er sieht nur blätter alter der sieht man nicht mal ein püppchen das ist eine versorgungsstation gibt es keinen anderen ja der alte ich versuche dann wieder hier zu landen um meine Sachen wieder zu holen mal fertig er würde mich eher schießen aber ja schießen liegt das links neben auf dem Rad liegt das alter ich denke ja das hängt am Rad was denn hier wer ist das ist Zeit ist offen Ziel nicht erreicht das gas breitet sich aus neun sich ein Das ist einfach nur Wagen, wenn wir jetzt wieder einsteigen sind, wenn wir jetzt wieder einsteigen sind. Holt es euch! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Achtung! Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt! Guck, am Rad hängt das. Die werden verfolgt hier. Die müssten jetzt gleich da oben aus dem Waldstück rauskommen, oder die bleiben oben im Waldstück. Brauchst du Platten, Johnny? Ich hab noch zwei in Reserve, alles gut. Oh mein Gott. Fünf Stück? Ich hier! Junge! Auf immer! Es geht nicht! Die sind am Schott, die sind am Schott, die sind am Schott! Vorsicht! So, geh holen! Das Gas breitet sich aus! Ich geh hier hin! Da ist schon einer mit dem Schott gekommen. Da ist schon einer mit dem Schott gekommen. Seid schon direkt vor uns! Der Kopf, der Ziel wurde ausgeschaltet! Gut gemacht! Ich darf sagen, der war fast nicht. Keine Angst! Alles wird gut! Ach, Alter, ich krieg's aber auch grad nur runtergeschossen. Aber es ist immer noch gegen wer, der uns verfolgt. Dann landet der Team. Ja, die graue Kürze ist aber heftig, ey. Das ist auch zehn! Die, die, die man so findet. Der noch bis zum Beispiel liegen. Der ist noch! Rucksack, alles! Hier! Nimm den Rucksack! Getra! Gönn dir! Ich hab nur fünf! Brauchst du noch Platten? Ich hab fünf! Der kam denn mit den Huchschrauber an? Da steht ein Huchschrauber jetzt, ne? Nein, der war vorher schon. Ja, der Huchschrauber. Ja, der Huchschrauber. Guck mal, ob hinten einer kommt. Ne. Wenn, dann müsste er durch die Tür durch. Jetzt kommt einer beim Huchschrauber da hinten rein. Geht mir ein! Kommt einer! Das Gas verbreitet sich! Rausgelung! Weg! Er ist hinterm Stein, hat er sich versteckt. Einmal hier. Vielleicht, vielleicht, äh... Macht er sich lebendig da gerade? Wahrscheinlich. Er macht sich da lebendig! Gut! Sauber! Nein, gib mir die Waffe wieder! Hier in dem Heli ist der meistens guter. Das ist so schäbig, dass die das mittlerweile alle machen, ne? Ab in den Heli, die nur noch schweben und sich dann ihre Teamkollegen wiederholen. Müsst ein Stück vorwärts, Junge. Kein Problem! Das Gas kommt! Aber bringt da nichts! Die fliegen dann immer zu den Orten und holen die dann wieder, das meinst du? Nee! Wenn der Dings ist und das überlebt, die Zeit, dann kommt der Satin-Kollege wieder und er fliegt dann die ganze Zeit mit dem Heli. Ach so! Ja, ja, okay. Vor allen Dingen, ne? Wenn der gleich damit fertig ist, dann kommt der gleich zurück, dann bleibt der noch ganz lange in der Luft. Aber wenn wir dann machen, dann sind wir dann auch gut. Das sind acht Leute! Das heißt, zwei von uns, einer von denen, das sind fünf Leute noch extra. Wenn er einen anderen macht, dann ist das ein cooler Typ, ne? Und wenn die da machen, dann sind das Noten. Ja, und hier ist jetzt, sobald einer von uns in den Heli einsteigen würde, wird sofort irgendetwas angeflogen, kommen wir hinweg. Ja, und das ist der Typ oben im Heli. Da an der Wand, hinter der Wand, da sind Vögel hochgezogen, hinter der Wand sind sie. Und da oben. Ich zieh ein! Feindlicher Clusterschlag im Abzug! Entdeckung! Da geht nicht! Ich, ich werde jetzt kosten! Ich muss abbauen! Alter! Ich hab's überlebt! Ich auch! Aber da liegt ja der Wand hier, ne? Das fände ich mit seinem Auftrag. Bleibt ja die ganze Zeit mit dem Heli oben, ne? Und rutscht los, schicken wahrscheinlich. Gar nicht! Das Gas breitet sich aus! 201, 201, 201! Geht wieder zurück! Die müssen zu uns kommen! Die müssen zu uns kommen! Die müssen zu uns kommen! Bleiben wir so! Die müssen zu uns kommen! Die müssen zu uns kommen! Die müssen zu uns kommen! Können wir hier über die Mauer gehen, wo wir sind? Jetzt kommt der Erste! Jetzt kommt der Erste! Wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen! Da ist so einer! Der ist doch einer! 4-3-2-3-4-3-3-2-3-2-3-2-3-3 Was ist das mal angucken? Ein Typ gegen zwei Mann im Heddy Das ist so leckerlich, jetzt ziehen sie runter Das ist unser Wegmann Ich weiß es nicht Jetzt versuchen wir mit dem Heddy den Schutz zu machen Jetzt machen wir den kaputt, die haben gewonnen das Ding Ja, haben wir den geschafft Ah, da hätte ich jemanden nochmal gegönnt Nee, kann ich nicht, ehrlich Aber das geht jetzt aber mehr Das heißt, dass die da bei ihr links waren, oder? Ja, das ist hier gespielt Wir haben sich jetzt mit dem Heddy runter geschossen, leider Das ist deswegen gewesen